Elite habe ich ja nur schon ein paar mal gemacht. Also, früher war das einfacher, oder? Also mit den Karten und so? Kann sein, früher war es auch einfacher, konntest du einfach alle umlegen und die wurden nicht entdeckt. Das ist das, was schwieriger wurde, oder? Bist du einfach, oh guard, umlegen, okay, erledigt. Solange die nicht vor einer Kamera lagen, was sie ja nie tun dort, war das kein Problem. Und jetzt ist das Problem, du kannst nicht so ohne weiteres killen, weil die dann da so blöd entdeckt werden. Meistens vom Juggernaut, also der Armed Guard, weil der ja rumläuft überall und der ist da genau auf den Routen, wo die anderen stehen. Und wenn du dort jemanden killst, dann werden die entdeckt von ihm. Ich habe sich abends schwieriger gemacht, das ist so. Sie haben gemerkt, dass das sehr viele spielen und dann wollten sie es unattraktiver machen. Gehe nicht vergessen dann. 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 Karl Neal. Untertitelung. BR 2018 Jawohl, wir haben, was wir brauchen. Ja. 3, 2, 1, los. 3, 2, 1, los. 3, 2, los. 3, 2, los. 4, los. 4, los. 4, los. 4, los. 5, 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 los. 6, los. 6, los. 5, los. 6, los. 6, los. 6, los. 6, los. Wir müssen jetzt warten bis der hier hier wieder angekommen ist und dann wieder wegläuft. Sonst kommen wir da nicht rein. Ne, das brauchst du nicht machen. Warum? Ja, weil der sieht mich dann, wenn du da stehst. Wo bist du? Ne, da kannst du auch nicht stehen bleiben, weil da sieht ich der von oben. Du musst hierher zu mir kommen. Wir müssen jetzt warten bis der da dahin kommt und wieder abhaut. Welcher? Na, der hier, der da. Der, der da jetzt kommt, der. Mhm, okay. Weil das ist vorher der, der mich gesehen hat. Ja, warte mal, ich kann den vielleicht. Aber dann sieht den der Juggernaut vielleicht. Nein, sollte nicht. Nicht dort, wo er jetzt steht, sondern wenn er ums Eck geht. Ja, jetzt. Okay, jetzt musst du schnell herkommen. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Und direkt reinstecken. Wir gehen wieder unten durch raus, okay, durch den Tunnel. Also so, wie wir reingekommen sind, gehen wir jetzt wieder rein. Ja, also komm. Ich muss gucken, wegen dem oben. Okay. Wir rennen durch. Jetzt müssen wir kurz warten, schauen. Warten, 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 warten. Jetzt können wir vor schnell sein. Wo wir wieder warten? Äh, Moment, komm hier nicht hoch. Äh. Jetzt können wir. Also Fahrzeuge hatten wir ja schon geübt. Wie sie herumirren da, die zwei. Ich gehe schon nach vorne. Mach nur den links. Ich sehe gar nicht. Ja, hier vorne steht einer, direkt vor uns. Ja. Und die anderen beiden stehen da. Ich mache links, du rechts, ja. Ja, okay. Drei, zwei. Drei, zwei, eins. Wolf versagt. Ja. Er hat sich bewegt, die kleine Sau. Vorsicht. Oh. Die haben uns eh schon entdeckt. Ach so? Ja. Wir machen so eine Elite. Komm runter und fertig. Wo hatten die uns denn entdeckt? Wahrscheinlich beim Schießen. Keine Ahnung. Er war aus der Text kam. War entdeckt. Du hast recht, wegen der 100.000. Egal, also. Oh Gott, sie töten mich. Bist du im Wasser schon? Ja, ja, ich bin im Wasser. Tief runter. Tief runter. Hm, okay. Na, scheisse. Elite nicht, aber egal. Ja, wäre ja schade, wenn du da die Panther-Shatue nicht abholst. Es war jetzt so lange, dass du das da... Es ist, glaube ich... Also, wann kam denn der Heist raus? 2020, glaube ich. Ja, ich glaube, seitdem habe ich das... Ich glaube, ich habe das nur einmal gemacht. 10, 27. Zeit hätte gereicht. Okay, aber bei mir hat er gesagt, Elite vollständig. Elite beendet, ja. Ja, aber man darf sich entdecken lassen, offenbar, ja. Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz eine Sprache hier anhören. Mhm. Aber es ist mach Mute bei dir. Dann war es ja doch Elite. Mit einer guten Zeit. Ja, ich bin hier so ein neues Mädel angelacht schon wieder. Und die hat so einen pränkischen Akzent. Das ist sehr schön. Die rollt das R so. Mhm. Pränkisch. So, warte mal, jetzt muss ich das zu Ende hören.